So, ich komme heute mal zu einem Thema, welches nichts mit Gaming zu tun hat, weil es jetzt eigentlich so ein bisschen ein politisches Thema ist. Nicht nur ein bisschen, ein ziemlich politisches Thema. Und ja, ich rede jetzt auch konkret über Corona, über diese ganze Krise. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe am Anfang so gedacht, oder ich habe mein erstes Video gesehen, da habe ich so gesagt, hey, es ist vielleicht nicht so unerheblich und vielleicht soll man es nicht so auf die leichte Schulter nehmen und so weiter. Okay, das war wieder so ein Ding, wo ich mir dann gedacht habe, so ein paar Wochen später hättest du dir nicht auch sparen können, weil jetzt bricht einfach irgendwie, also nicht natürlich aufgrund des Videos, aber jetzt bricht einfach die komplette Panik irgendwie aus und alle übertreiben es wieder endlos und das ist wie so beim Klimathema. Wir werden alle sterben und die Welt geht runter und eigentlich sind wir schon alle tot oder so eine Art. Ne, also, was ich mal dazu sagen muss ist, am Anfang habe ich mir gedacht, okay, es startet eigentlich auf einer Basis, die nachvollziehbar ist. Man weiß nicht, wie gefährlich das Ganze ist. Macht vielleicht Sinn, wenn man es jetzt ein bisschen, in Anführungsstrichen, übertreibt. Gut, man hat dann relativ schnell herausgefunden, dass es halt eben nicht so gefährlich ist, wie es dann anfangs geglaubt wurde. Also ganz am Anfang hieß es ja, ist eine Grippe, dann, okay, doch nicht. Okay, es kommt jetzt scheiße, sterben irgendwie hunderttausende Millionen Menschen in Deutschland dann. Und dann haben wir so gemerkt, okay, das ist vielleicht doch nicht mehr so, sind vielleicht viel, viel weniger. Ja, und die Letalität liegt halt eben nicht bei, also bei der Gruppe unter 70, nicht bei 2, 3%, sondern vielleicht bei 0,2, 0,3. Also im Prinzip genauso wie in der Grippe. Und da muss man natürlich sagen, jetzt muss man sich natürlich schon mal Gedanken machen, wie extrem soll man jetzt eigentlich überhaupt noch in diese Richtung gehen? Und unser geliebter und hochgeachteter, der hier, ungefähr so der Politiker, der in etwa es geschafft hat, so beliebt zu sein, wie der Letzte, der das Rauchverbot angeführt hat an Bierzelten und so weiter. Der wurde irgendwie auch aus den Bierzelten gejagt und bespuckt und ein bisschen bedroht und so. Auf alle Fälle, Axel Forst ist ja ungefähr genauso beliebt und er will jetzt Anreize schaffen, dass sich die Bürger digital Kontakt verfolgen lassen. Also verfolgen lassen im Prinzip, wie auch immer. Also jetzt mal generell, so diese App generell. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass ich hier übelst den Plan habe, aber ich bin auch im großen, bösen Internet öfter mal unterwegs. Also dort, wo man jetzt mit einem normalen Browser nicht hinkommt. Ich will es jetzt gar nicht erst erwähnen, weil sonst wieder YouTube vielleicht Probleme macht oder so. Aber ihr wisst, was ich meine. Und es hat ungefähr zwei bis drei Tage gedauert, nachdem die ersten zwei Versionen von dieser App draußen waren. Dass im großen, bösen Internets Leute da waren, die schon Leaks gefunden haben und Sicherheitslücken und im Prinzip eigentlich schon die App komplett auseinandergenommen haben. Das heißt, zwei bis drei Tage, nachdem die ersten zwei Apps raus waren, wurde die eigentlich schon gehackt. Okay. Mal so komplett abgesehen von, was so hier Sicherheit und so betrifft. Kann ich mal sagen, ich meine, du kannst mit einem Handy, oder kannst du generell Handys auf verschiedene Arten, Orten. Es geht über Funkzellenabfrage, das heißt zum Beispiel, ein Handy ist in fünf Funkzellen drin und die überschneiden sich natürlich alle so ein bisschen. Und dann kann man da ungefähr sagen, okay, wenn diese fünf Funkzellen drin ist, dann muss ja irgendwo ein Bereich XY sein, wo sich halt eben diese fünf Funkzellen überschneiden. Okay. Ist natürlich viel zu ungenau, kann man nicht nutzen. GPS. GPS ist bis auf, je nachdem. Mittlerweile ist es ein bisschen genauer, mittlerweile kann man so sagen, zwei, drei, vier Meter genau. Teilweise hast du allerdings auch ein bisschen Probleme, wenn es auf dem Land wohnen ist und sind es vielleicht auch mal 50 Meter. Also das variiert halt ziemlich stark. Ist natürlich auch nicht sinnvoll. Dann gibt es ja dieses Ding, Bluetooth. Ja, das ist eine Technologie, die theoretisch eigentlich keine Distanzen messen kann. Das macht nämlich die Sache generell schon mal sehr interessant wieder, weil... Ja gut, okay. Sagen wir mal, Bluetooth kann keine Distanzen messen. Es kann einfach quasi nur sagen, okay, da ist ein Signal, ja, nein. Oder halt was übertragen. Aber, ja, ähm, es gibt Bluetooth-Signale, die gehen theoretisch bis zu 25 Meter weit. Das sind dann meistens allerdings keine Handys, sondern halt, äh, Laptops mit speziellen, äh, Bauteilen. Ähm, die Sache ist natürlich jetzt erstmal die. Sagen wir mal, ein Handy, ähm, sendet ein Bluetooth-Signal aus. Ich weiß es jetzt nicht genau. Ich glaube, es geht bis zu 5 Meter bei einem Handy. Ähm, und dann werden eben diese Kontakte ausgetauscht. Ähm, da wird immer davon gesprochen, dass das anonymisiert ist. Allerdings muss man sagen, anonym bedeutet im Prinzip erstmal, dass du es nicht zurückverfolgen kannst. Und, äh, dass es quasi, also wirklich anonym ist. Dass es quasi nicht möglich ist, eine Person zu identifizieren. Oder dann, äh, diesem, diesem Datensatz quasi irgendwas zurückzuführen. Allerdings, Verfolgung, Kontaktverfolgung, ähm, du, du, du scheißt zu benachrichtigt werden mit diesem Ding. Das heißt, es kann nicht anonym sein, es muss pseudonym sein. Das heißt, äh, da steht einfach jetzt kein Klarname, steht nicht irgendwie, äh, Love, Love von, vom Arsch der Welt. Ähm, oder jetzt irgendwie irgendeine, irgendeine ID von einem Handy oder von einem Betriebssystem oder so. Sondern, da steht ja dann einfach irgendeine Nummer. Und dann wird halt eben, äh, diese Nummer halt dann quasi, also so hundertprozentig bin ich mir nicht sicher, wie es funktionieren soll. Es muss ja irgendwo ein Verzeichnis geben, dass halt, es muss irgendwo drinstehen, das Ganze. Ich meine, ich weiß nicht, keine Ahnung. Und normalerweise muss sowas dann irgendwie auch logischerweise, äh, auf irgendeinem Server landen. Und der muss es dann quasi verteilen. Also auch wenn das Ganze dann irgendwie, äh, dezentral gelagert wird, die, die Daten müssten irgendwie ausgetauscht werden. Versteht ihr, was ich meine? Weil ich meine, okay, ich habe jetzt einen Datensatz, äh, von, sagen wir mal einfach irgendwie, weiß ich nicht, vom Alex auf dem, auf dem Handy. Ähm, und es wird quasi mit zwei Wochen gespeichert, dass ich halt mit dem in Kontakt war. Und der hat halt eben jetzt hier den Datensatz von, von mir drauf, dass ich mit ihm in Kontakt war. So, jetzt wird zum Beispiel jetzt der Alex infiziert und dann, äh, gibt das in diese App ein. Und dann muss diese App ja irgendwie Kontakt zu meinem Telefon herstellen. Das heißt, es muss über irgendeinen Server laufen und der Server muss dann eben das Ganze dann eben zurücksenden an die App. Also im Prinzip, ich weiß es nicht. Und, äh, natürlich, woher weiß das Server, an wen er es schicken muss? Also, für mich, okay, gut, okay, das kann natürlich dann auch noch pseudonym laufen, theoretisch, weil, klar, dann ist natürlich wieder irgendeine ID oder so vergeben. Und, ähm, möglich, aber, also, ich kann mir nicht vorstellen, wie das Ganze wirklich, also, ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie das, wie das funktionieren soll, dass da am Ende kein Mensch da ist, das nachverfolgen kann, wer eigentlich überhaupt hinter diesem Namen steht. Das, das ist eigentlich nicht möglich. Und man muss natürlich auch mal dazu sagen, ja, ich meine, so, IT-Forensik ist natürlich echt ein extrem spannendes Thema. und Metadaten ist im Prinzip einfach so das Gold unserer Zeit. Und, äh, natürlich kannst du Wirkungsprofile erstellen, die komplett, äh, ja, die, die, die alles umfassen. Ich meine, du kannst im Prinzip eine Überwachung damit, äh, starten, die im Prinzip so nie denkbar und nie machbar gewesen wäre. Und jetzt gibt's halt diese Krise und jetzt kann man natürlich alles durchprügeln und auch irgendwelche, äh, Low-Life-Politiker, äh, wird dann jetzt ihre Chance, auf einmal wieder wichtig zu sein und sich dann für die Rente oder für die Nachpolitik-Zeit oder für die Zeit nach der Politik, dann sich wieder in schöne Firmen einzukaufen und so weiter. Und, naja, gut, ich meine hier so, dass es die letzten Jahre und Jahrzehnte jetzt hier mit der Demokratie bei uns nicht so gut steht, das ist, glaube ich, jetzt kein Geheimnis. Und dass es sehr viele Leute gibt und sehr viele Politiker gibt, die das ganze lästige Zeug, die wir weg, äh, gehen wir weg hätten, kann man sich jetzt auch so ein bisschen ableiten. Also, ich meine, wenn wir hier von Dears, oder wenn wir hier mal von Upload-Föltern sprechen, von NetzDG, von diesem ganzen Hate-Speech-Censur-Zeugs da, dann kann man wirklich nicht mehr von Demokratie reden, weil das ist so demokratisch wie Kim Jong-un ungefähr. Also, ja, also hier, Voss will, wo steht's, also reisen? Soll man nur dürfen, wenn man diese App hat und einen digitalen Immunitätsausweis. Das heißt, er will eine Pflicht für die App, das heißt, man muss sich quasi einfach komplett tracken lassen. Man muss sich impfen lassen oder infizieren lassen. Das bedeutet natürlich auch gewissermaßen einfach so eine Art Impfpflicht, in Anführungsstrichen, allerdings nicht direkt im Prinzip. Läuft das Ganze wieder in China dann zum Beispiel mit diesem Social Scoring-System, wo es dann heißt, ja, du kannst da drauf scheißen auf den Social Score, aber dann kannst du nicht mehr reisen, dann kriegst du keine Arbeit mehr, dann läuft es exakt auf das Gleiche raus. Das ist im Prinzip einfach kein Social Score, es ist einfach dieser C-Virus-Score. Und, ähm, ja, du warst im Kontakt mit jemandem, okay, du darfst es, bis du weißt, ob du infiziert bist oder nicht, du darfst nicht mehr reisen, darfst nicht mehr arbeiten, darfst nicht mehr rausgehen, darfst nicht mehr einkaufen, nichts. Und ich meine, man muss dazu sagen, das sind keine Tage oder Monate, wo das Ganze jetzt irgendwie existiert. Dieses Virus wird uns für Jahre begleiten. Das ist Wahnsinn, das ist einfach Wahnsinn, überlegt mal. Ihr geht ins Geschäft, mit euch werden 50 Kontakte ausgetauscht, ein einziger wird infiziert. Alle in diesem Geschäft dürfen für die nächsten zwei, drei Wochen nicht mehr raus, nicht mehr reisen und so weiter. Das ist Faschismus in reinster Form. Sowas gab es nicht mal im Dritten Reich. Das ist Wahnsinn, das ist einfach nur Wahnsinn, das müsst ihr euch mal vorstellen. Es ist natürlich auch ein absoluter Witz, dass ihr schreibt, dass sowas einfach freiwillig ist. Ich meine, ja, freiwillig, wie gesagt, am Social Square, oder sich um den Social Square in China zu kümmern, ist auch freiwillig. Wenn du halt Geld haben willst, eine Arbeit haben willst, wenn du rausgehen willst, wenn du reisen willst. Wenn du Zug fahren willst, wenn du nicht auf der Straße hocken willst, weil dir einfach deine Wohnung verwehrt wird, zum Beispiel. Ähm, genauso, oder nicht genauso, aber so sehr ähnlich ist es hier natürlich genauso, weil, oder auch ähnlich so, sagen wir so. Und, ja, die App dient dem Selbstschutz, eigentlich dient dem Schutz der anderen, weil einem selbst, naja, nicht wirklich, weil wenn du schon infiziert bist, dann ist es dir eigentlich auch egal. Weil, also wenn kannst du dann mit anderen schützen, aber dich selbst eigentlich überhaupt nicht, ähm, wird infiziert und zu nahe kommen, es wird gewarnt. Auch mal so eine Sache. Angenommen, ein Kassierer wird infiziert und hockt, oder, oder irgendjemand hinter einer Wand, hinter einer Glasscheibe, hinter, hinter irgendwie einer Barriere. Ja, das Bluetooth-Signal geht durch. Diese App weiß nicht, dass da hinten eine Glasscheibe ist. Das heißt, ähm, ich werde im Prinzip eigentlich dann komplett gefickt, nur weil jeder, äh, jemand anders hinter einer Glasscheibe hockte, äh, mit diesem Virus und, äh, ja, ich meine, überleg dir einfach mal so, diese, dieses Szenario. Das ist einfach vielleicht ein Kassierer, ähm, der euch wahrscheinlich oder absolut nahezu unwahrscheinlich infizieren kann, ähm, wenn ihr vielleicht irgendwie nicht mal einen Kontakt mit dem habt, wenn ihr mit der Karte zahlt und so. Wo wahrscheinlich, der wird wahrscheinlich den ganzen Tag keinen einzigen infiziert haben. Allerdings schickt man dann einfach, ja, wie viele Leute gehen in so einer Kasse vorbei, kann man überlegen. Ich hab damals auch als Verkäufer mal gearbeitet, ähm, 500 bis 1000 Leute. Ja, realistisch. Und im Prinzip, äh, schränkt man einfach die Freiheit oder, oder killt man einfach die Freiheit von 500 bis 1000 Leuten komplett, die dann nicht mehr arbeiten dürfen und alles. Und, ich meine, ich, ich weiß es nicht, aber, also, wie viele Chefs das jetzt mitmachen? Keine Ahnung. Gerade im grenzellanen Bereich sollten App-Nutzer wieder reisen dürfen. Wer eine solche App hat, soll zuerst in Restaurants, ins Kino, äh, ins Kino, ins Theater und ins Freibad dürfen. Ich hab übrigens immer im Freibad mein Handy mit dabei, also auch, wenn ich da irgendwie rumlaufe und ich hab's immer dann so, äh, in meiner, in meiner Badehose drin. Äh, noch mal so nebenbei. Also, informiert euch doch einfach, Mann, das ist, ich, ich, ich versteh nicht, wie Leute das einfach so auf die leichte Schulter nehmen irgendwie. Die denken einfach nicht, glaub ich. Ich weiß es nicht. Jeder Staat arbeitet an Lösungen und so weiter. Genau. Die unterschiedlichen Protokolle sollen, äh, miteinander kommunizieren. Ähm, wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, das muss auf irgendeinem Server gespeichert werden und das muss man dann eigentlich nennen. Also, auch wenn hier von dezentral schreiben, es muss irgendwo einen zentralen Server geben, der irgendwo steht. Und, dass es in den ganzen EU passieren soll und das miteinander kompatibel sein soll, wird er wahrscheinlich auch nicht in Deutschland stehen. Und auch nicht deutsche, äh, Datenschutzgesetze beachten. Versteht ihr, was ich meine? Weil, ich meine es nicht mal im Ernst. Du hast, ich meine, man muss sich das ja immer so vorstellen. Angenommen, du wirst infiziert und du hattest Kontakt in den letzten zwei Wochen mit 5000 Leuten. Je nach Arbeitsplatz ist das realistisch. Dein Handy müsste ja einfach ein fucking Bot-Netzwerk werden, um dann, oder im Prinzip wie ein Bot-Netzwerk agieren und dann einfach an 5000 andere Handys diese Nachricht rausschicken. Das glaube ich einfach nicht. Wie soll das möglich sein? Das geht nicht. Und vor allem, es muss doch dann, die Infos müssen doch dann da gespeichert werden. Also, ich meine selbst, wenn es als pseudonymisiert wird. Allerdings, du kannst doch bestimmt, ich meine die Daten sind irgendwie verschlüsselt, du kannst die Daten noch irgendwie entschlüsseln. Du gehst zum Beispiel zu den Leuten hin oder an jeden, den du vorbeigehst, ziehst dann vielleicht das Pseudonym und kannst dann irgendwie zuordnen. Du musst es einfach nur entschlüsseln können, beziehungsweise, ich weiß es nicht. Ich meine, ich lasse mich überraschen, wie das Ganze funktionieren wird. Allerdings, ich persönlich habe da jetzt so ein bisschen meine Vorurteile. So, wenn es eine gesamteuropäische App geben würde, würden sich die Bürger stärker mit der EU identifizieren. Also, ich glaube, dass genau das Gegenteil passieren wird, aber okay. Ja, wo war es hier? Natürlich muss der Datenschutz gewährleistet sein nach Ansicht der europäischen Datenschutzbühne. Absolut dürfen wir den Datenschutz nicht setzen. Ja, ich meine, es geht nur um solche Sachen wie Gesundheitsdaten. Man muss dazu sagen, momentan ist ein Datensatz, also ein normaler Datensatz mit Nicht-Gesundheitsdaten, mit Adressen, mit E-Mails und so weiter. Aktuell hat es einen Wert von 2,50 Euro. Laut Galileo. Und das ist auch schon x Jahre her. Ich habe das damals mit irgendwo gesehen, mal aufgeschnappt. Ja, 2,50 Euro für den Datensatz. Gesundheitsdaten sind ultra schwer zu bekommen. Momentan zumindest noch. Gesundheitsdaten, die man hier dann kriegen kann oder abgreifen kann, die führen zu einem, das wird ein Riesengeschäft. Also ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, wo man das Ganze einordnen kann, aber ich würde mal sagen, das können 5 Euro, das können 10, das können 15 Euro sein pro Datensatz, was sowas wert ist. Ich meine, du kannst im Prinzip einfach, du kannst solche Daten im Prinzip, du kannst sie nutzen und missbrauchen, weiß ich nicht, bis Christkind kommt. Also vor allem auch solche Sachen wie, also hätte ich jetzt eine Krankenversicherung, wäre ich natürlich dann, also wäre ich jetzt eine Krankenversicherung, dann würde ich mich über solche Daten natürlich auch freuen und so, weil, ja, wer weiß, das Ganze soll ja auch über die Apple Watch beispielsweise verbunden werden und über dieses Apple Health zum Beispiel. Und natürlich muss man auch sagen, ja, das sind natürlich dann auch ganz, ganz viel mehr Daten drauf, auf Gesundheitsdaten und Bewegungsdaten und was man für einen Puls hat, wie viel Sport das man macht und wie viel man schläft und so weiter. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich hätte ein Scheißgefühl, wenn diese Daten an die Öffentlichkeit kämen und wenn halt dann irgendwo mal wieder im großen, bösen Internet sind, einfach Listen sind oder halt irgendwie die ganze Datenbanken öffentlich einsehbar sind mit allen möglichen Leuten, mit Millionen Leuten, mit deren Gesundheitsdaten und so weiter. Also hätte ich schon ein bisschen ein mulmiges Gefühl, wenn ich ehrlich bin. Digitale Impfpass, digitalen Immunitätsausweis. Ich meine, es gibt einen Grund, warum man keine digitalen Wahlen macht, einfach weil die manipulierbar sind und weil momentan kein Land es geschafft hat, digitale Wahlen durchzuführen, die nicht manipulierbar sind. Ja, also ich weiß nicht, ob man Gesundheitsdaten weniger sensibel betrachten sollte als Wahlen, weiß ich nicht. Und Impfpass, digitalen Immunitätsausweis, ich meine, es ist halt so eine Sache, ich bin an sich ein Gegner davon, nicht vom Impfen generell. Ich bin der Meinung, es gibt einige ziemlich sinnvolle Impfungen, allerdings auch nicht alle. Und man muss nicht dazu sagen, die Chance, da drauf zu gehen an diesem Virus, ist so gering, dass ein Virus, dass ein Impfstoff wirklich schon sehr gut verträglich sein müsste, dass es halt, ich meine, es ist halt ein Impfstoff, welcher jetzt irgendwie so komplett mit einer Hau-Ruck-Aktion irgendwo vielleicht in China oder in Indien entwickelt und erprobt wird und der halt, wofür man halt einfach alle möglichen Standards über Bord wirft, alle möglichen Tests und Langzeitfolgen über Bord oder halt komplett ignoriert. Hauptsache schnell da, ist zwar ungefähr genauso tödlich wie eine Grippe für die meisten Leute, also das Durchschnittsalter zu sterben liegt bei 81 Jahren, das Durchschnittsalter generell, das Durchschnittsalter, was in Deutsch erreicht, liegt bei 80,9 Jahren. Das heißt rein theoretisch, ja, wir sind mit Corona sogar, weiß ich nicht, älter. Können es natürlich sein, dass es einfach generell nur die Alten betrifft, A oder B, dass die Leute einfach dann ins Krankenhaus kommen mit diesem Virus und sowieso behandelt werden, die dann vielleicht, ja, blöderweise halt schon gestorben werden, wenn sie das halt eben nicht gerade in einem Krankenhaus gelegen wären. Wie gesagt, dann ist es natürlich gerade alles ein bisschen hochgegriffen. Genau, und Grenzbeamten sollen auf Datenbanken zugreifen, also im Prinzip wird das Ganze dann, äh, ja, also wer infiziert ist oder nicht, wird sehr, sehr schnell irgendwo, wird wahrscheinlich sehr schnell überall landen, sagen wir mal so. Ähm, wie solche Daten von Grenzbeamten teilweise, äh, behandelt werden. Man kann vieles dazu im Internet finden. Also, wer sich, äh, wer ein bisschen graben will, hoppla, äh, wer ein bisschen graben will und diesen bestimmten Browser zum Beispiel nutzt, äh, ja, der findet dann auch Sachen, die man vielleicht nicht so finden sollte. Ähm, wo soll die Datenbank angesiedelt sein? Auch hier, ja, wie gesagt, ich meine, auch hier spricht man natürlich von der Datenbank, äh, wo es eben diesen Ausweis gibt. Und ich bin der Meinung, dieser Ausweis wird irgendwie verknüpft werden müssen mit dieser App, weil ansonsten macht das halt, also allein schon aus, aus ökonomischer Sicht wäre es natürlich viel, viel sinnvoll, es miteinander zu verbinden, weil irgendwie, also ich meine, angenommen, du wirst infiziert, dann ist es doch viel sinnvoller, dass diese App das gar nicht direkt in die Datenbank schickt. Okay, dann müsste man das natürlich, ich meine, man kann ein bisschen weiterdenken, okay, das bedeutet natürlich, es könnte nicht mehr pseudonymisiert sein, weil, natürlich müsste man dann irgendwie, äh, ja, man will das mit den Namen verknüpfen, man will ja wissen, oder diese Datenbank muss ja eben die Namen und so weiter, äh, beinhalten. Also wie gesagt, die letzte Frage finde ich eigentlich am schönsten, und im Prinzip beantworte ich sie eigentlich selbst, haben sie keine ethnischen Bedienungen, dass eine Zweiklassengesellschaft entsteht, das wird passieren, diese Frage ist eigentlich fast schon rhetorisch, weil, ja, wir wissen noch nicht mal genau, wie lange der Immunitätsschutz nach einer Infektion wehrt, da wird davon aktuell von einem Jahr ausgegangen, also hier haben wir überhaupt gar keinen Plan, ob das überhaupt funktioniert, äh, momentan widersprechen die meisten Ärzte, dass es halt überhaupt nicht funktioniert, weil es natürlich gar nicht mehr so lange hält, also, und natürlich ist es auch, auch mal interessant ist, dieser Immunitätsschutz ist ja auch nicht, äh, bei jedem gleich, das kann bei einem zwei Monate sein, das kann bei einem zwei Jahre sein, weiß ich nicht, also, ist halt auch mal so eine Sache, ich rede manchmal schon von Pflichten und von, von, äh, Gesetzen und von Zwang und keine Ahnung und man weiß nicht mehr wie lange es ist oder ob das auch überhaupt funktioniert, vielleicht müssen wir ohnehin warten, bis geimpft wird, also wahrscheinlich die Impfpflicht kommt, ähm, ich würde mich dagegen stellen, weil ich einfach ganz ehrlich sagen muss, theoretisch liegt die Chance für unsere Alters, für meine Altersgruppe und wahrscheinlich für die meisten von euch, bei 0,1 bis 0,2 Prozent zu sterben und 80, 90, 95 Prozent kriegen noch nicht mehr mit, dass sie dieses Virus hatten, das heißt, sie haben absolut keine Folgen davon. Rein theoretisch kann man genauso gut argumentieren, dann braucht man halt Impfungen für, für eine Grippe zum Beispiel, für Influenza. Es ist für uns genauso gefährlich eigentlich, kann man sagen, also genauso ungefährlich im Prinzip, es ist einfach so unglaublich hochgehypt, dieses ganze Thema und in den Medien sind bloß noch Meinungen gewünscht, die dieses Virus als die absolute Todeskrankheit hinstellen, dass man daran stirbt, dass die Leute da elendig dran verrecken und weiß ich nicht und am Ende, wenn man sich dann allerdings wirklich mal die Statistiken anschaut, wirklich die ganz normalen Zahlen, die nicht lügen, dann sieht man, 2 Prozent der Infizierten, den geht scheiße. 2 Prozent. 98 Prozent My Condition. Und hier reden wir auch von Leuten, nur die diagnostiziert wurden. Bei 80 bis 90 Prozent sagt man ja, die haben es gar nicht gemerkt und wurden nie diagnostiziert. Das heißt, von diesem 2 Prozent, also da bleibt nichts mehr übrig von. Da sind wir weit im Nullkommabereich, davon bleibt einfach nichts mehr übrig. Also, ja, also ganz im Ernst, wenn man es hier nicht merkt, dass es hier einfach um andere Sachen geht und hier geht es einfach und ich kann einfach nur noch sagen, es geht hier einfach nur noch um Macht und Machtausübungen und Machtausbau, jeder will das einfach sicher wichtig machen, jeder will die Profit rausschlagen und natürlich geht es um Geld, geht es um Macht und einfach auch um die Einschränkungen der Freiheit und der Rechte. Also, ich meine, hättet ihr mal sowas von einem Jahr, hätte es jemand einfach mal so gesagt und so, wird es in einem Jahr passieren, da hätten euch die Leute ausgeklagt, die hätten euch für verrückt erklärt und da hätten sich Verfassungsschützer gemeldet und keine Ahnung und jetzt ist es einfach mal ganz normal. Also, grundsätzlich schreibt mir eure Meinung. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.